Beim Abwaschen immer das alte Wasser wieder brauchen. Einfach zum Vorspielen einmal, dass man den grossen Dreck eigentlich schon weg hat. Ich lösche ein Lichter, das ich sicher nicht brauche in der Wohnung. Ich schaue, dass ich nicht allzu viel Wasser vergeude. Wir haben die Heizung noch abgestellt bei uns zuhause. Und der Boiler ist auch recht auf dem Minimum. Und langsam wird es schon frisch. Also ich glaube, bald müssen wir sie schon ein wenig öffnen. Das mit dem Backofen oder so beim Vorheizen. Oder auch zum Beispiel, wenn ich zuhause wasche, nicht mehr in die Hämler hineingehe, sondern von der Luft trocknen. Also ich lösche einfach immer das Licht zuhause ab, wenn ich aus einem Raum gehe. Und versuche nicht allzu lange zu duschen.